1945. Zwölf Städte, zwölf Schicksale. Es war Krieg und man konnte es nicht ändern. Eine zwölfstündige Reise durch Deutschland zum 70. Jahrestag des Kriegsendes. Die Angst war da. Man wusste nicht, was passiert, was machen die Amerikaner. US-Kamera-Teams dokumentierten die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. Das ist nicht das Ende. Wir werden weiter siegen. Ich will leben. Ich will am Leben bleiben. Ich fand das wunderbar. Es fielen keine Bomben mehr. Ich musste nicht mehr schießen. Zwölf Stunden. Jede Stunde schildert das Schicksal einer Stadt und beleuchtet ein historisches Thema. Köln. Die Zerstörung. Rundum alles nur Trümmer. Leute, die rumirrten. Nürnberg. Die Fanatiker. Wir haben die damals nicht als die Befreier wahrgenommen, sondern eben noch als Feind. Leipzig. Die Teilung. Es hieß ja, die Amis gehen weg, jetzt sind die Russen da. Da konnte man schon ahnen, wohin die Reise geht. 1945. Das zwölfstündige Doku-Event. Am 25. April. Das zwölfstündige Doku-Event. Am 25. April. Das zwölfstündige Doku-Event. Am 25. April. Das zwölfstündige Doku-Event. Am 26. April. Das zwölfstündige Doku-Event. Am 26. April.